Herr Bayer, ich weiß von Ihnen, dass einer der Hauptvorteile dieser Unternehmenskasse, der eigenen Unternehmenskasse, die Lösung von Liquiditätsproblemen ist, und zwar über einen bestimmten Weg der Innenfinanzierung. Was darf ich mir da genau darunter vorstellen? Die Unternehmenskasse ist ja eine Form der betrieblichen Altersversorgung. Der normale Weg der betrieblichen Altersversorgung, der in der neuen Zeit meistens gegangen wird, ist Mitarbeiterverzicht auf Entgelt, das Entgelt wird eins zu eins an die Versicherung überwiesen und abgeführt. Der ganze Vorgang ist unwiderrufbar, nicht umkehrbar, nicht beleihbar und so weiter. Bei der Unternehmenskasse oder wachbarschal und der Unterstützungskasse bleibt das Geld im Unternehmen. Das Geld wird an die Unterstützungskasse überwiesen, es wird der Betriebsausgabeabzug gegelden gemacht, die Unterstützungskasse überweist eins zu eins das Geld im Darlehenswege wieder zurück. Es ist nicht nur das Geld da, es sind darüber hinaus zusätzliche Steuervorteile im Unternehmen vorhanden. Das sind natürlich Innenfinanzierungseffekte und Innenfinanzierungswege. Geld verlässt nicht das Unternehmen im Unternehmen vorhandenes, im Unternehmen verdientes Geld. Bleibt langfristig im Unternehmen. Wenn man sich jetzt die Entgeltumwandlung vorstellt als Darlehen vom Mitarbeiter, dann ist es sehr langfristiges, ein sehr zinskünstiges und letztendlich auch sicherheitenfreies Darlehen. Und es ist natürlich dazu geeignet, nicht nur in Sach- und Realwerten zu finanzieren und zu investieren, die auch wieder liquidierbar sind, sondern vor allem auch Kontokarrenkredite, Darlehen zurückzuzahlen oder zumindest das Geld so anzulegen, dass es als langfristige Liquiditätsreserve für den Notfall erhalten bleibt. Also ein sehr starkes Instrument der Innenfinanzierung, der Liquiditätsbindung und der Liquiditätsreserve.